Jeden Tag verlieren sieben Kinder in Österreich ihr Zuhause. Bei Pro Juventute bekommen diese Kinder wieder ein Zuhause, das ihnen Sicherheit und Geborgenheit schenkt, indem sie die Chance auf eine gute Zukunft erhalten, wo sie einfach Kind sein können. Ein Zuhause, in dem immer jemand für sie da ist und sie glücklich sind. Pro Juventute hilft Kindern in Österreich. Bitte helfen Sie mit. Ich tue es auch. Danke.